Gaspreisumlage ab Oktober 2022. Sollen Millionen arme Menschen und Rentner in den Ruin getrieben werden? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Bundesminister Habeck verkündete am 28.07. per Verordnung, dass am 01.10.2022 die Gaspreise deutlich steigen werden. Es wird eine Umlage eingeführt. Die Rechnung, die wir alle zahlen werden, wird dann extrem teuer. Der Gaspreis soll oder die Umlage soll etwa 1,5, im schlimmsten Fall bis 5 Cent mehr pro Kilowatt Gasverbrauch kosten. Mit dieser Umlage haben Gasimporteure die Möglichkeit, die hohen Kosten des Gaseinkaufs auf die Allgemeinheit umzulegen. Habeck selbst rechnet mit 300 bis 400 Euro Mehrkosten im Jahr. Im schlimmsten Fall bei 5 Cent Gaspreisumlage sind es dann sogar 1.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer im Jahr. Das sind pro Monat, also pro Haushalt im Monat ca. 30 bis 80 Euro prognostizierte Mehrkosten. Dazu kommen aber noch die tatsächlich gestiegenen Gaspreise. Wir reden für das Jahr 2022 von einer Vervierfachung der Gaspreise. Das ist in der allgemeinen Bevölkerung noch gar nicht so richtig angekommen. Aber jetzt ist wirklich Schluss mit lustig, denn die Umlage zeigt uns, wo der Hase langläuft. Verständlich ist, dass wir uns gegenseitig helfen sollen. Also die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland sich auch solidarisch gegenüber den Gaspreis-Importeuren zeigt. Also den Großeinkäufern, dass die sozusagen auch wirtschaftlich über die Runden kommen. Ich finde es aber als eine Riesensauerei, wenn diese Art der verordneten Solidarität wieder einseitig zu Lasten der Allgemeinheit geht und vor allen Dingen schon wieder einseitig zu Lasten von armen Menschen, Rentnern mit geringen Renteneinkommen, Studentinnen und Studenten und Hartz-IV-Empfänger und Grundsicherungsempfänger. Herr Habeck, wollen Sie ernsthaft viele Menschen, vor allen Dingen Rentner, Studenten und Menschen mit Kleineinkommen in den Ruin treiben? Von was sollen diese Menschen diese Umlage eigentlich bezahlen? Wer eine Rente von monatlich 1000 Euro hat, kann die hohen Gaspreise einfach nicht bezahlen? Solidarität, Herr Habeck, kann keine Einbahnstraße sein. Wir alle, so schätze ich auch mein persönliches Umfeld ein, folgen den Forderungen zum Energiesparen. Keine Frage. Aber dass Sie die Wirtschaft einseitig bevorzugen, ohne den Ärmsten in diesem Lande einen Ausgleich zu zahlen, ist gelinde gesagt eine Schweinerei. Solidarität, Herr Habeck, sieht anders aus. Ich fordere Sie und Minister Lindner auf, umgehend ein monatliches Entlastungspaket für Menschen und Rentner mit wenig Geld aufzulegen und zwar in diesem Jahr noch. Wer Solidarität fordert, muss sich auch solidarisch mit den Ärmsten in diesem Lande zeigen. Und das fehlt bei Ihnen vollständig, Herr Habeck. Die Bereitschaft der Bevölkerung, in dieser Krise mitzuhelfen, ist nicht endlos. Wenn es an unsere Substanz geht, Herr Habeck, sind Ihre Tage und auch die der Bundesregierung. Definitiv gezählt. Habeck, helfen Sie den armen Rentnerinnen und Rentnern, Studenten und Menschen mit geringem Einkommen. Dies ist auch Ihre Pflicht. Näheres zum Thema Gaspreisumlage finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.